Eine 2-Zimmer-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Bamberg. Die Wohnung wurde 1914 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 42 m². Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 420 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020